guten morgen leute wie ihr seht sitze ich vor meiner schuhwand und im heutigen video möchte ich euch meine schuhe präsentieren aber es gibt auch noch ein kleines special heute und zwar geht mir der platz aus das heißt ich muss aussortieren ich hab sie im letzten video schon angekündigt und euch gefragt ob ihr sehen möchtet welche schuhe es treffen wird und heute ist es soweit mut hat übrigens einen neuen lieblings platz hier ist so süß die schuhe die im hintergrund seht sind nicht alle ich bin auch schon die ganze zeit am überlegen wie ich das mache dass dieses video nicht eine halbe ewigkeit dauern wird ich werde euch einfach meine lieblings schuhe die schönsten besondersten die die eine geschichte haben und die die es treffen wird und aussortiert werden die werde ich euch heute zeigen ich glaube an einigen schuhen ist sogar noch ein paar haben auch schon eine kleine staubschicht früher bin ich einfach ständig in high heels rumgelaufen aber seitdem ich dann mit sport angefangen habe bin ich zum sneaker turnschuh träger geworden ist halt einfach gemütlicher ich würde sagen wir starten mir fällt es nicht leicht das ist echt nicht einfach sich von den schuhen zu trennen von laura biaggiotti diese schuhe sind mittlerweile neun jahre alt und wie ihr seht hatte ich die sehr oft an die habe ich auch in italien gekauft übrigens schuhgröße 35 man ich finde die so schön aber so abgewetzt kann man jedoch eigentlich nicht mehr anziehen okay die kommen weg die sind auch so schön vor allem ich habe sogar eine jacke in genau der selben farbe und eigentlich sind mir auch ein bisschen zu groß die bleiben dann habe ich diese schuhe die sind eigentlich total günstig von jumek ich glaube die kriegt man bei osko oder so die marke aber auch wenn die sehr günstig waren die passen wie angegossen auch schuhgröße 35 und sie sind rosa und blau und die bleiben die sind krass oder manchmal kauft man auch einfach schuhe aus einem grund der nicht ersichtlich ist so war das ungefähr bei denen ich glaube die passen mir nicht mal so richtig die kommen weg zwei paar schuhe sind raus ja ja das alle so ein bisschen aus meiner näher und zeit wobei sowas kommt immer mal wieder in mode die bleiben eigentlich sind die auch geil die sind vorne so ein bisschen spitz die sind vom primark eigentlich auch eine ganz schöne farbe dann kommen wir zu diesen paar schuhe die sind auch vom primark die kommen weg ich würde mal sagen die sind auffällig ich habe mir die mal gekauft und dachte mir so da kann bestimmt so ein einfarbiges outfit dazu anziehen und die als blickfang nehmen irgendwie hatte ich noch nie die gelegenheit die schuhe zu tragen aber ich bin so schön und ich hoffe immer noch auf die passende gelegenheit die bleiben so ähnlich geht es mir bei diesen schuhen da habe ich auch noch eine handtasche in der passenden farbe die sind von deichmann auch schon total eingestaubt bleiben aber auch das sind genau die selben schuhe wie diese lachs rosa farbenen von vorher wieder hier so ein bisschen spitz vorne die sind auch nicht so allzu hoch die bleiben auch ich glaube ich habe echt in jeder scheiß farbnuance schuhe die sind auch von primark man die bleiben auch dann habe ich diese schuhe ich finde die im laden immer total cool mit diesem absatz eigentlich kann man auch total gut damit laufen aber wenn es dann drauf ankommt und ich mir denke okay ich ziehe mal hohe schuhe an dann greife ich halt meistens doch nicht zu denen mit diesem keil absatz ich finde die halt auch mega schön mit diesen geflochtenen geflochtenen ihr seid raus und das nächste paar schuhe die finde ich wirklich mega schön die haben halt auch hier so ein gold so eine gold umrandung der absatz ist so ein bisschen dicker und der schimmert auch so leicht gold die liebe ich diese schuhe die bleiben die nächsten schuhe ich liebe diese farbe bleiben und wieder eine farbnuance dunkler die bleiben auch ihr sagt doch ich habe in jeder farbnuance schuhe die hatte ich mal zu so einem katy perry outfit an ja bei den bunten schuhen glaube ich werde ich gar nicht so viel ausmisten weil man braucht ja schließlich in jeder farbe schuhe oder die sind mega die haben auch einen reißverschluss hinten die sind krass oder und eine rote sohle sind aber nicht die original roten sohle schuhe ich glaube die habe ich mal in österreich gekauft finde ich echt krass hatte ich ehrlich gesagt aber auch noch nie an ich warte aber noch auf die gelegenheit dann kommen wir zu diesen sexy trätern in größe 36 stiefel schön gefüttert weich und warm sie kommen aber weg oder? man das fällt mir gerade echt schwer ne ok die bleiben die kommen jetzt aber wirklich mal weg weil die auch echt geil aussehen war ne die bekommen jetzt aber wirklich weg die habe ich mir mal für ein weihnachtsoutfit gekauft adios wow hier sind overnees hier sind zumindest flach die bleiben aber vielleicht kommen die ja in mode jetzt muss die echt mal alle abstauben die sind hot die bleiben sowas kann man immer es ist gar nicht so einfach weiße High Heels zu finden wie man denkt und vor allem die auch noch schön aussehen und die fand ich ganz schön auch mit dem Gold hier vorne ich glaube die habe ich in Paris gekauft die würden eigentlich auch ganz gut zu dem Oberteil passen ne wahrscheinlich kann ich eh nicht damit laufen aber ich beheize die nächsten Schuhe habe ich glaube ich seitdem ich 16 bin ehrlich gesagt glaube ich nicht dass ich die jemals wieder anziehen werde aber da hängt einfach so viel Erinnerung dran die fand ich so schön mit diesem Blümchenzeug hier hinten drauf man sieht aber auch dass die auch schon sehr abgenutzt sind also die hatte ich wirklich sehr sehr oft an bei diesen Schuhen weiß ich einfach nicht wann und wie und wo ich die jemals anziehen soll ihr seid raus die gab es auch mal bei Deichmann das ist diese Marke Catwalk da sahen die Schuhe früher so aus die waren am Anfang als diese ich glaube das war relativ am Anfang als Catwalk überhaupt angefangen hat zu existieren da haben die solche Schuhe gemacht die weißen mit den Blümchen waren auch von Catwalk die Dinger sind mittlerweile auch schon fast 10 Jahre alt man ich zieh die doch nie wieder an okay die bleiben auch ja das sind wieder solche Erinnerungsschuhe so wie ich mir heute Reisetassen kaufe habe ich mir früher Reiseschuhe gekauft die sind aus Miami die fand ich auch mega bleiben das ist eher so das Kaliber High Heels was ich momentan anziehe weil mit diesem fetten Absatz kann sogar ich damit laufen das verlernt man wirklich das ist krass die sind von Mango finde ich echt schön bleiben natürlich auch die sind so eingestaubt die sind von Guess die habe ich mir mal in einem Outlet in LA gekauft das war bei meiner ersten LA Reise da habe ich mir die geholt die passen wie angegossen ich liebe diese Schuhe ich finde die so schön die haben hier so Riemchen oben ist auch noch mal so eine Schnalle mit Riemchen ich hatte früher so einen Wahn da ich diese Schlaufen hier am Fußgelenk immer so krass geil fand ich finde das noch immer mega schön und ich kann mit den Schuhen auch echt gut laufen das einzige was an denen wirklich kacke ist wenn man Treppen runter läuft drückt diese Schlaufe gegen den Fuß aber meine Güte das ist das geringste Übel wenn man mit diesen Hacken rumläuft die sind auch aus LA die finde ich mega oder? die sind mega geil so jetzt kommt wieder ein paar Schuhe von denen ich mich trenne ich wollte die früher unbedingt haben ich habe mir die gekauft da war ich ein Teenager da war ich glaube ich so 16 oder so und ich fand die so geil mit dieser Schlaufe hinten dran die waren so teuer für mich damals die haben 100 Euro gekostet und ich habe mir den Arsch abgespart um mir diese Schuhe zu kaufen die sind von Buffalo und es bricht mir so ein bisschen das Herz aber ihr seid raus die nächsten Schuhe damit bin ich wirklich bei Glatteis im Winter rumgelaufen man möchte es nicht glauben aber das werde ich nicht mehr machen und ihr seid raus dann halt noch welche die so ähnlich sind die haben hier vorne so Glitzer und Nieten dran und hinten ist Leoparden Look ein paar hohe Stiefel braucht man ja ne? ihr bleibt diese Schuhe hatte ich noch nie an warum wohl? ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung wo ich die anziehen soll außer ich gehe mal zum Karneval ihr seid raus außerdem halt noch ein zweites paar goldene Schuhe und ein paar goldreiche die finde ich so so schön wenn man da irgendwie so ein ganz schwarzes Outfit oder so ein sommerliches Kleid an hat oh liebe noch ein paar aus LA die fand ich auch mega die Farbe finde ich auch richtig richtig geil bleiben dann haben wir diese Schuhe die fand ich einfach auch richtig cool ich meine der Absatz ist einfach richtig außergewöhnlich wir sind auf jeden Fall ein Hingucker die sind von Stradivarius gibt es leider in Deutschland noch nicht aber die haben einen Online Shop bei dem man bestellen kann Hammer geil wie ihr seht hängt hier noch das Preisschild dran die hatte ich noch nie an aber die fand ich so 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 mega schön ich wollte die unbedingt haben und hab einfach gehofft dass sie mir passen obwohl sie mir nicht passen das sind 36 die sind mir echt so ein bisschen zu groß ich schlüpfe halt hier hinten raus es fällt mir schwer aber ihr seid raus die finde ich wieder richtig geil die sind von Forever 21 feiere ich übertrieben mit diesen Farbakzenten hier oben schwarz hier unten braun finde ich richtig richtig schön bleiben die nächsten Schuhe in die ich wirklich sehr 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 verliebt bin sind diese und zwar wegen der Farbe wegen der Schleife und wegen dem Absatz ich finde der sieht mega cool aus das sind auf jeden Fall mega geile Sommerschuhe die sind auch gemütlich die sind wieder von Jumex warum habe ich so viele Schuhe davon von denen ich finde es prinzipiell nicht schlimm günstige Schuhe zu kaufen bei flachen Schuhen achte ich ein bisschen mehr auf die Qualität wenn man ein Outfit an hat das ein bisschen hochwertig aussieht finde ich auch das so günstigere Schuhe ich finde nicht dass die dann daran billig aussehen man muss halt immer so ein bisschen gucken aber die finde ich auf jeden Fall geil bleiben die hatte ich auch noch nie an finde ich aber richtig geil die sind von Zara die sind sogar echt Leder finde ich auch richtig cool mit diesen Aussparungen an der Seite das ist ein richtiger Hingucker Hammer bleiben jetzt kommt wieder so ein krasses Paar Schuhe ich habe keine Ahnung wann und wie und wo ich die mal anziehen soll aber die habe ich auch in L.A. gekauft aber die sind einfach so abgefreakt behalte ich unbedingt sowas kriege ich nie wieder das waren meine allerersten nudefarbenen High Heels da kann ich mich noch genau daran erinnern das ist ungefähr ich schätze mal so sieben Jahre her da hat es gerade angefangen dass nudefarbene High Heels voll im Mode sind und ich bin richtig ausgerastet und brauchte natürlich auf der Stelle welche die sind von Primark ich habe sie aber nicht bei Primark gekauft weil ich das ganze Internet durchforstet habe nach nudefarbenen High Heels da habe ich bei ebay welche gefunden und zwar diese hier ich glaube ich habe sowas von überteuert gekauft aber egal ich hatte welche hatte sie danach eigentlich nie an Hauptsache man hat sie und alleine deswegen weil ich so um diese Schuhe gekämpft habe müssen die auch bei mir bleiben Boah das sind auch wieder so Schuhe die ich mir gekauft habe wo ich dachte ich zieh sie an ich hatte sie noch nie an irgendwie sind sie geil ne hier die sind noch voll sauber die fand ich auch wieder sehr geil mit dem geflochtenen hier ich finde sie sieht einfach immer so schön sommerlich aus was dem Ganzen jetzt einfach so ein bisschen widerspricht ist dass die halt so aus Leder sind und wenn ich die jetzt anhabe wenn Sommer ist und es warm ist dann schwitzt man einfach da drunter das ist kacke ihr seid raus die sind doch schon wieder geil oder die fand ich auch mega cool bleiben die finde ich echt schön mit dem Lederakzent da hinten und mit dem goldenen Reißverschluss aber ihr seid raus und hier haben wir wieder ein sehr ausgefallenes Exemplar und zwar Schuhe mit Netzeinsatz hey die sind sogar echt Leder ich glaube die habe ich auch in L.A. gekauft damals finde ich richtig richtig cool ich habe keine Ahnung wann und wo ich sie anziehen soll aber ich gebe euch eine Chance dann sitze ich hier jetzt schon vor meinem nächsten Schuhschrank und das sind jetzt eigentlich auch so eher meine aktuellen Schuhe die ich eigentlich ständig anziehe und zwar meine sommerlichen Chucks dann habe ich hier noch rote Chucks, graue Chucks und blau-grüne Chucks hier habe ich noch mal schwarze Chucks dann habe ich hier ein paar Sketchers die ziehe ich eigentlich an wenn ich weiß sei ich einen richtigen weiten Fußmarsch von mir ab weil in den Schuhen tut mir einfach nichts weh die haben nämlich so eine Sohle die sich dem Fuß anpasst das ist echt geil das sind glaube ich die Schuhe die ich am allermeisten an habe und das jetzt seit sieben Jahren ich glaube dementsprechend sehen die auch aus aber es ist einfach so praktisch man da kommt man halt so gut rein und raus ohne dass man die binden muss deswegen sind das meine Lieblingsschuhe die finde ich auch richtig geil dann kommen wir zu meinen Laufschuhen halt hier von New Balance das sind die 860 und noch ein paar von New Balance das sind die 1080 dann habe ich hier welche von Under Armour die ziehe ich momentan ganz gerne zum trainieren an because of the mega flache Sohle noch ein paar Laufschuhe auch von Under Armour ich mag das immer wenn Schuhe hier so eine Schlaufe noch dran haben dann kann man die immer besser anziehen die liebe ich auch die finde ich richtig richtig geil vielleicht könnt ihr euch auch noch an das Video erinnern in dem ich die gekauft habe ich verlinke es euch hier oben nochmal die habe ich auch im LA Urlaub gekauft mit Nina die habe ich mir mal gekauft da war ich so mega begeistert von der Farbe und ich finde sie eigentlich immer auch noch total schön aber ich ziehe sie irgendwie gar nicht an ihr seid raus dann habe ich hier die nächsten Trainingsschuhe wie ihr seht hängt hier auch noch das Schild dran die habe ich mir extra aus Australien bestellt weil ich die so geil fand sind mir aber leider auch zu groß ihr seid raus diese Schuhe bin ich so verliebt und zwar ist das so eine Special Edition von Converse Hammer oder? dann habe ich hier meine Regenschuhe das wären meine diesjährigen Winterschuhe finde ich auch schon mal mega geil die sind auch von Converse finde ich richtig cool das sind solche Sneaker mit so einem eingebauten Absatz drin sieht einfach die Haltung schon mal so ein bisschen schöner aus was ich bei denen so ganz cool finde ist dass es halt nicht sofort auffällt ich mag das immer nicht so wenn das so abgekeilt aussieht und dann sitzen wir hier auch schon vor dem fast letzten Schuhschrank wie ihr hier oben sehen könnt ist hier die etwas buntere Abteilung die sind doch geil oder? die finde ich richtig richtig cool sind von Reebok bleiben auf jeden Fall noch so ein buntes Exemplar die sind von Fila die bleiben auf jeden Fall auch ich weiß zwar immer noch nicht wann ich sie anziehe aber ich finde sie einfach mega genial die habe ich schon ein paar mal an die finde ich auch richtig cool die sind auch von Reebok aus meinem ersten L.A. Urlaub gekauft und noch ein paar aus L.A. und das sind L.A. Cheers hier mit so Lüftungsschlitzen die fand ich auch richtig richtig cool hatte ich noch nie an aber sie glitzern überall und irgendwann wenn Lila mal wieder so richtig hart in Mode ist dann kommt eure Zeit dann haben wir hier ein paar Boots in schönem Grau mit naturfarbenen Schnürsenkeln noch ein paar Boots die finde ich voll schön die glitzern die finde ich auch richtig cool ich glaube die ziehe ich beim nächsten Merle Manson Konzert an dann sehe ich mal was ein paar Axt in Elegant die finde ich auch richtig cool die sind sogar von Diesel die habe ich richtig geil günstig abgegriffen da habe ich mich so drüber gefreut Pflichtprogramm für jeden Winter ich hatte auch so eine Phase da bin ich total auf Hummelschuhe abgefahren hier einmal die gefütterte Version und die normale die sind auch vom Buffalo echt Leder aber ihr seid raus ja ihr seht meine Schuhwand hat so ein paar Löcher bekommen eigentlich hatte ich gedacht da ich noch ein paar mehr Schuhe aussortiere aber ist ja auch immer nicht so einfach aber ich zähle jetzt mal nach wieviel paar Schuhe es raus geschafft haben 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 naja 15 Paar Schuhe immerhin das heißt ich habe wieder Platz für 15 Paar neue Schuhe ach die hatte ich vorher schon weggestellt die kommen auch raus so was mache ich jetzt mit den ganzen Schuhen ich habe mir gedacht ich verkaufe die den Link packe ich euch in die Infobox und einen Teil davon werde ich spenden und zwar an eine Organisation die sich um Tiere kümmert die auf der Straße gefunden werden ausgesetzt werden und einfach ein neues Zuhause suchen die verlinke ich euch auch in der Infobox falls ihr gerade einem Tier sowieso ein Zuhause geben möchtet könnt ihr da gerne mal vorbeischauen ich hoffe das Video war interessant für euch ich bin fix und fertig man das kostet echt Nerven Schuhe auszusortieren ich hoffe es hat euch gefallen wenn es so ist gerne einen Daumen nach oben Abo da lassen natürlich nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder ich freue mich auf euch bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald